Mein Name ist Semir, mein Thema ist Freiheit. Ein Zug fährt auf einem Gleis. Ich sehe Leute. Einer sitzt am Laptop, verpasst seinen Flieger vor lauter Arbeit mit dem Laptop. Eine andere Person hat eine schlechte Verbindung mit dem Handy, schafft es keinen Kontakt zu seinem Freund aufzunehmen, verpasst ihn. Eine Frau mit einem schönen Sonnenhut verpasst ihren Flieger, weil sie vergessen hat auszusteigen. Ich fahre weiter. Und plötzlich läuft alles so langsam. Ich wundere mich und er blicke oben einen großen Vogel mit schwarzem Gefieder und einem schwarzen Schnabel. Und alles läuft wie in Zeitlupe ab. Ich beobachte ihn. Bin interessiert, wie er fliegt. Ich fahre und parallel dazu fliegt er. Ich steige aus. Sehe Leute, die total gestresst sind, immer auf die Uhr gucken, sich vergewissern, wie spät es ist. Mach schnell, mach schnell, die Uhr tickt. Mach schnell, der Bus fährt. Mach schnell, der Zug fährt sonst weg. Ich merke... Jetzt wisst ihr, was es auf sich hat mit dem Begriff Freiheit. Aber Moment, ich möchte euch kurz erläutern. In meinen Augen ist der Vogel wirklich frei. Ich möchte genauso fliegen können wie er.